Syrameit Schahout flüchtete aus dem Krieg in seiner Heimat nach Deutschland. Wie er schließlich in Papenburg fußfasst, hört ihr im Schwerpunkt des Audios Neck. Was sonst noch wichtig ist, Osnabrück. Durch Kalibrierungsarbeiten am Trinkwasserversorgungsnetz kann es in den kommenden Tagen in Teilen des Stadtgebiets zu Druckschwankungen und Trübungen des Trinkwassers kommen. Am 2. und 3. Mai sowie am 16. und 17. Mai finden die Arbeiten jeweils ab 22 Uhr statt und sind am darauf folgenden Morgen gegen 5 Uhr abgeschlossen. Durch Änderungen der Fließrichtung kann sich das Wasser dabei leicht trüben. Diese Trübungen sind jedoch nur von kurzer Dauer und gesundheitlich unbedenklich. Die Kalibrierungsarbeiten tragen zur Instandhaltung des Wassernetzes, der Versorgungssicherheit und der Sicherung der Wasserqualität bei. Emsland Mit 34 Verkehrstoten gab es im vergangenen Jahr im Emsland und der Grafschaft Bentheim einen Höchststand. Die Polizei startet deshalb nun das Projekt, uns reicht's und konfrontiert Verkehrssinder mit Toten. Bei Verkehrskontrolle an den Unglücksstellen werden die Fahrer gebeten, das Fahrzeug zu verlassen. Auf einer Stellwand ist eine Landkarte zu sehen, wo vermerkt ist, an welchem Ort sich 2021 ein tödlicher Unfall ereignet hat. Auf einer anderen Wand gibt es mehr Informationen zum Unfall und den Opfern. Dabei sollen die Menschen verstehen, dass zu schnelles Tempo kein Kavaliersdelikt sei, so Landrat Marc-André Burgdorf und verweist auf ein schwarzes Tuch, das die Autofahrer dann von der Polizei erhalten. Es ist eine Art Taschentuch auf dem steht, deine Familie soll nicht die nächste sein, an deren Haustür wir klingeln. Zum Schwerpunkt, der Syrameit Schahout ist aus seiner Heimat nach Deutschland geflüchtet. Dort fasst er im Patenburger Handwerksbetrieb Tennifus. Sein Chef Michael Lotz berichtet, wie es dazu kam. Wir haben Probleme gehabt, auch Auszubildende zu bekommen. Bernd Brandt, glaube ich in der Institution von TV Patenburg, ist mal an uns herangetreten und gefragt, haben wir nicht mal eine Praktikumstelle für einen seiner Schützlinge. Und da habe ich erstmal hier Praktikum gemacht, da hat mich sehr interessiert und da habe ich gesagt, das ist der Beruf, der ich haben will. Nach dem Praktikum absolvierte Maid Schahout im Betrieb auch eine Ausbildung zum Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik. Der Chef scheint sehr zufrieden. Und wo wir sehr froh sind, dass wir ihn haben und dass wir so gut miteinander klarkommen. In seiner Freizeit vergeht für Schahout fast kein Tag ohne Boxtraining beim TV Patenburg. Er will in der Stadt bleiben, die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung und den PKW-Führerschein hat er bereits in der Tasche. Nun will er seinen Anspruch auf einen deutschen Pass geltend machen. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus eurer Region, Stand Mittwoch, 17 Uhr. Weitere Nachrichten und Hintergründe findet ihr auf noz.de slash audiosnack. Die nächste Folge hört ihr am Donnerstagabend.